Herzlich Willkommen zur nächsten Remember Me Episode, weiterhin auf dem Weg zur Blatintroffi. Ich bin Zoevo und ja, wir sind jetzt hier in dem vierten Kapitel. Wir sind da gerade reingestartet, die ersten drei haben wir komplett abgeschlossen. Da brauchen wir auch gar nicht mehr rein. Hier ist ein Fokusboost, der uns noch fehlt. Das ist doch schon mal sehr gut. So, gucken wir mal, wie wir genau da laufen müssen. Uns fehlen hier in dem Kapitel definitiv zwei Fokusboostteile. Heißt aber auch, ähm... Okay, hier müssen wir definitiv entlang und da können wir an der Seite hochspringen und da muss das irgendwie sein. Also müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ähm... Ja, uns fehlen hier zwei Fokusbooste, alle zehn Scarama Max und, ähm... Hier müssen wir hoch. Okay. Wo ist das jetzt hier genau? Sind wir hier oben? Machen wir mal gucken, wie es hier... Da hinten liegt er. Okay, ich sehe es gerade. Alles klar. Da hinten liegt er. Ist hier noch irgendwas, oder... Sieht nicht schon auch aus. Alles klar, haben wir hier den ersten Fokusboost schon mal gefunden. Das ist doch schon mal was. Jetzt das nächste ist, ähm... Äh, ein Min-Assist. Erstmal warten, bis er wegfliegt, der gute Stinker. So. Ich glaube, dieser Min-Assist befindet sich direkt hier, nach dem Kampf. So, deswegen campen wir jetzt erst mal eine Runde. Deswegen finde ich eine Flucht, oder so. Ist nur dieses Turbinen-Teil. Wir müssen hier wohl nicht ernsthaft, ähm... Doch, da, 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 da... Wo ist denn hier ein Flutlicht, Mensch? Hier ist nur dieses Turbinen-Ding... Hier ist nur dieses Turbine-Ding... Okay, das macht sie aber an, okay... Okay, das macht sie aber an, okay... So. Jetzt verleten wir den ersten Mal. Okay, wir werden jetzt... Wir werden jetzt... Wir werden jetzt... Wir werden jetzt... das wir vielleicht sogar die Koppel wieder hinkriegen... Okay, das hat schon mal nicht geklappt... Und da-da-da-da-da... wieder abmachen... Eins, zwei, drei... Eins, zwei, drei... Ich muss die Koppel leider nicht... Wir brauchen jetzt noch eine Versuchung, weil das Ding gleich wieder aus ist, war ja klar... Wir könnten aber den Zen-Mondos benutzen und dann hoffen, dass das klappt! Eins, zwei, drei, vier... Ja, das hat leider nicht geklappt... Eins, zwei, drei... Aber auch nicht... Aber egal, wir kriegen das schon hin... Irgendwann kriegen wir die acht Stück schon zusammen, die wir da... Nee, vierzig Stück brauchen wir... Vierzig, acht Stück Dinger... Irgendwie sowas... Ach Mensch, ich geht mir in den Sack, Mann... Ja... Strafen! Überwachen! Strafen! So... Mit dein Gesicht, ich hab verloren, okay... Sehr interessant... Du-du-du... So, nochmal den Zen-Mondos... Dann hätten wir den Kampf endlich mal fertig kriegen... So, das war eine Acht-Schritt-Kombo... Perfekt! Dann haben wir wieder eine weniger immerhin... Eine weniger finde ich immerhin schon mal gut... Weil jede zählt... Eins, zwei, drei... Okay, das hat leider nicht geklappt... Er war eh tot... Von daher... Nicht weiter schlimm... Jetzt gucken wir uns erstmal an, wo wir hier diesen Mindest-Sist finden... Den wir scheinbar verpasst haben... Bin ich jetzt mal gespannt... Ja, das ist doch das hier, oder? Ja... 08... Alles klar, es ist definitiv 4... Also hier muss irgendwo eine Mindest-Sist sein... Jetzt bin ich mal gespannt... Hier können wir hoch... Okay... Alles klar... Wie geht's jetzt hier weiter... Irgendwie müssen wir hier auf jeden Fall rum... Okay... Hier waren wir definitiv nicht... Also haben wir den auf alle Fälle verpasst... Der ist aber auch ganz schön krass versteckt... Im Gegensatz zu den anderen, finde ich... Wenn ich ehrlich bin... So, dann gucken wir mal im Tagebuch... Ich weiß noch nicht genau, was das jetzt war... Ich muss noch mal gucken, wie das hieß... Globale Produktionsspitze... Spitze... Oder sowas... Ich weiß noch nicht, äh... Hier, da ist es doch... Die globale Krise schwächte seit dem späten 20. Jahrhundert mit ökonomischen Strukturen und erreichte ihren Tiefpunkt im Jahre 2020. Die Staatengemeinschaft, die sich nicht auf die Bedingungen eines kontrollierten Rückgangs einigen konnten, bekamen nun die schweren Folgen eines massiven Produktionseinbruchs zu spüren. Die Wirtschaftskrise wuchs seit dem 20. Jahrhundert zu einer Systemkrise heran und die Gewinne aus dem produzierenden Gewerbe gingen ungeachtet eines stetigen Rückgangs der Lohnkosten seit dem Jahr 2014 mehr und mehr zurück. Etwa 19. des Reichtums der Welt war virtuell und bestand aus finanziellen Derivaten. Durch die ökologische Krise und die Energiekrise setzten sich dieser Prozess fort und brach im Jahr 2020 vollkommen zusammen, als es nicht mehr genug echte Wirtschaft gab, um die Welt des wilden, spekulativen Handels aufrechtzuerhalten. Die Abwärtsspirale setzte sich in den folgenden Jahren fort und die Industrien der Welt produzierten nie wieder so viel Reichtum oder solch ein Überangebot an Waren. In seiner Dankesrede für den Wirtschafts- und Weltpreis 2051 war es zuerst Professor Linus Eckerfeld von der Universität Stockholm, der dies ironisch als globale Produktionsspitze bezeichnete. Der Begriff sollte von nun an dieses entscheidende Jahr definieren, das die Katastrophen der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts eindeutete. Okay, alles klar. So, dann gucken wir direkt mal in unserem Guide weiter, wie es, ähm, was wir jetzt brauchen. Das nächste ist ein, ähm, Scaramec. Okay, das sieht ein bisschen übel aus, wenn ich ehrlich bin. Das ist aber, denke ich, noch eine ganze Ecke weg. Wie kommen wir denn hier erstmal wieder raus? Hier rüber? Nö? Hier rum? Okay, hier geht's wieder raus. Dann müssen wir tatsächlich wieder hier komplett außen rum. Okay, alles klar. Wird gemacht. Wird gemacht. Hier müssen wir hoch, um weiterzukommen. Okay. Ah, das war das Mindestes, das wir vor dem Fenster gesehen hatten, aber nicht wussten, wie wir hinkommen sollten. Eine flieper zerstörte Drohne? Das muss ein Kampf gewesen sein. Gegen diese Maschinen werde ich nicht ankommen. Gute Idee. Versuch das Detektionsmodul aus dieser kaputten Drohne zu retten. Okay. Gott sei Dank. Dein Sensor zeigt nun alle Fängerdrohnen in deiner Nähe. Alles klar. Also sehen wir jetzt alle Drohnen wieder mal. Wie die da. So. Aber hier fehlt uns ein Fokusboost. Muss ich ja gerade mal... ...schauen. Okay. Das ist ein bisschen seltsam. Warum ist das Ding denn hier? Ich war eigentlich der Meinung, dass unsere Fokusboost-Dinger... ...wärts nicht später kommen müssten. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Jetzt gucke ich gerade mal. Okay. Das ist das hier. Das soll aber ein Sat-Patch sein. Ich dachte eigentlich, wir haben alle Sat-Patches hier. Deswegen gucken wir uns das doch gerade mal an. Wie das genau laufen soll. So. So. Eigentlich sollte es ein Sat-Patch sein. Laut Beschreibung. Vielleicht ist das aber auch falsch ausgewiesen hier in dem Guide. Und deswegen... ...nicht aufspürbar. Okay. Da ist es also. Verstanden. Und hier um die Ecke. Ja, das haben wir gefunden. Okay. Warum ist denn dann da ein Bild? Das checke ich nicht. Eigentlich sind die Bilder doch weg, wenn man die Sachen gefunden hat. Sehr seltsam. Wie gesagt, hier liegt nochmal ein Sat-Patch und das haben wir gefunden. Alles klar. Was sollen wir dazu noch sagen? Das nächste war auf jeden Fall hier. Das nächste ist dann ein Skandlamek. Skandlamek ist allerdings noch ein bisschen weg, denke ich. Okay, müssen wir kurz warten. Seltsam mit dem Bild. Das ärgert mich ein bisschen. Eigentlich ist das doch immer weg. Vielleicht ist das ein Bug oder so. Ich habe keine Ahnung. Soll mir aber recht sein. Wir haben es überprüft. Das war nichts da. Von daher soll es mir recht sein. Anderes fällt mir dazu jetzt nicht ein. Blinde Maschinen zur automatisierten Verwaltung. Der Geruch. Der Lärm. Es macht mich fertig. Um ins Gefängnis zu kommen, musst du eine leere Zelle abfangen und als Aufzug verwenden. Zell an Docken läuft. Wird gemacht. Kommt da irgendwie einer oder wie ist das jetzt hier? Ich habe es dir angedrückt. Bin ich gerade ein bisschen blöder? Oder müssen wir hier runter? Na, ich glaube so war das. Dann können wir da rein dann oder so. Gucken wir erst noch mal hier rum. Weil hier ja nichts sein sollte. Da wir ja alles schon jetzt anhand des Guides wissen müssen, wo die Sachen sind, die uns noch fehlen. So, diesmal geht's. Diese Zelle ist ja gerade nicht unser Problem. Irgendwie erinnert sie mich an etwas Schreckliches. So. Ich kenne diesen Ort. Gut. So hoffnungslos. Als ob man nie weg könnte. Je weiter unten sie dich haben, desto mehr nehmen sie dir weg. Sie nehmen die Erinnerungen ab, wie Gürtel oder Schnürsenkel im Knast. Wie? Wie tief bin ich gefallen? Hey Schwester. Nillen. Dieser Ort hat keine Macht mehr über dich. So, wo sollen wir denn jetzt hin? Hier rum? Wirklich? Ah, okay, da hinten ist tatsächlich ein Skaramek. Sehr interessant. Dann haben wir den jetzt auch. Dann geht's jetzt zum nächsten. Müssen wir noch mal schauen, wo der jetzt ist. Okay, der wird direkt hier irgendwo in der Umgebung scheinbar sein. Bin ich ja mal gespannt. Okay, wir müssen kurz pausieren in dem Video und warten, bis der hier wieder weg ist. So, das rennt auf jeden Fall hier rum und dann... Ja, ist klar. Schon klar. Greifst du noch mal rum. Ähm, okay. Können wir noch mal ein Meter zurückgehen. So, wo ist denn das jetzt das Ganze? Müssen wir da rein? Irgendwie da rechts? Okay. So, hier rein. Und jetzt? So, hier irgendwo, muss er ja sagen. Ach, da unten. Ach du Scheiße, man. Den hätte ich nie selber gefunden. Keine Chance. Ganz ehrlich. Aber ich würde sagen, damit machen wir auch gerade mal Schluss und machen wir in der nächsten Episode dann hier weiter. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und sage tschau tschau bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen Vielen Dank.